Wir sind beim Thema gesunde Ernährung und zu Gast ist die Confidors Akademie aus Hessen und ich begrüße jetzt den Inhaber, den Herrn Holger Fischer, hier bei mir. Ganz herzlich willkommen. Ja, Sie haben sich ein ganz besonderes Konzept überlegt mit Ihrer Akademie, wie Sie das Thema, unter anderem gesunde Ernährung, in Betriebe, in Unternehmen reinbringen können. Vielleicht erzählen Sie uns was kurz noch mal zu den Methoden und wie Sie da arbeiten. Ja, man kennt ja viele Vorträge, Powerpoint geht schnell durch und das war's dann. Uns war wichtig, Emotionalität, Nachhaltigkeit in die Konzepte zu bringen und wir haben die Vorträge unterteilt in szenische Vorträge, in Teilsequenzen, wo in einem klassischen Ernährungsvortrag auf einmal zum Beispiel der innere Schweinehund auftritt oder die Verlockung oder der Hunger und das macht das Ganze viel lebendiger und bei den Betrachtern bleibt viel mehr hängen. Das ganze Konzept haben Sie dann die Tellerstorys auch genannt, weil Sie erzählen da wirklich von kleinen Geschichten, die eben passieren, eben wenn wir mit uns hadern, wollen wir das wirklich essen, wollen wir nicht einfach in die Schublade greifen, vielleicht sind da noch ein paar Erdnüsse oder Gummibärchen drin. Das ist eine Geschichte. Für wen wenden Sie das jetzt an? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sind es kleine Betriebe, große, mittlere? Wie rücken Sie an, wie lang ist so ein Vortrag? Einfach ein paar Dinge zu Ihren Vorgehensweisen. Gut, zum einen ist ja so, der Vortrag ist ja nur ein Teil des Konzeptes. Der kann zum Beispiel im Rahmen einer Gesundheitswoche umgesetzt werden oder vorgestellt werden. Das gesamte Konzept Tellerstorys setzt sich zusammen aus Vortrag und Aktivität von Workshops. Zielgruppe sind beispielsweise Azubis. Im Rahmen einer Azubi-Woche lernen die dann ja mehr über ihren Körper erfahren durch einen aktiven Theaterworkshop. Sie werden Teil des Ganzen. Sie machen selber mit. Sie spielen auch. Sie spielen selber den inneren Schweinehund. Oder sie erleben, wie man richtig einkauft. Und das Ganze im Zusammenspiel zwischen Ernährungspädagogik und dem fachlichen Wissen, das rundet das gesamte Konzept sozusagen auch ab. Jetzt haben Sie ja schon Erfahrungen gesammelt. Wie springen die Leute darauf an? Also Sie arbeiten ja wirklich mit Leuten von der Theaterpädagogik zusammen. Das heißt, da tauchen die Leute auch wirklich in Kostümen auf, springen die Leute an und säuseln ihnen was ins Ohr. Wie kommt das so an? Das kommt sehr gut an, weil gerade und eine Zielgruppe sind ja auch Unternehmen, hier insbesondere Personalentwickler, die schauen natürlich auch immer nach neuen Konzepten. Und ja, die kriegen ganzen Tisch voll Unterlagen, Ideen, Anregungen und die sind auf der Suche nach was Speziellen. Und diese Themen wie Erlebnispädagogik, Theaterpädagogik sind was Besonderes, weil man auch den Nutzen erkennt, diese Nachhaltigkeit, die ich gerade beschrieben habe. Und so ist es natürlich erstmal vielleicht etwas überraschend am Anfang. Und man ist etwas skeptisch und sagt, na, wie funktioniert das denn eigentlich? Wenn Sie es dann erleben und sehen, ach, der innere Schweinehund, dann erkennen Sie es ja sofort. Das passt ja zu mir. Stimmt. Das ist ja mein innerer Schweinehund. Der wird lebendig. Und das überträgt sich dann auch auf die Entscheidung zu sagen, Mensch, das wollen wir unseren Mitarbeitern zum Beispiel Azubis mal näher bringen. Ich habe das ja auch schon erleben dürfen. Und wer will, kann auch in weiteren Videos sehen, wie der Schweinehund zum Beispiel auftaucht oder die Verlockung. Aber das ist nur ein Teil. Sie gehen auch mit der Akademie noch weitere Wege in Ihren Beratungsansätzen. Genau. Also das Thema Theaterpädagogik in Seminaren, in Workshops einzubinden, setzen wir nicht nur bei den Tellerstorys ein. Wir haben zum Beispiel das Thema Gesundführen. Da spiele ich selber sogar mit eine Ressourcenwaage, um einfach den Führungskräften näher zu bringen, wie gehe ich mit meinen persönlichen Ressourcen um. Das ist auch ein Kombinationskonzept. Es gibt einen fachlichen Vortrag und die Waage spielt pantomimisch erstmal die Phasen durch bis zur Erschöpfung. Aber wir zeigen auch das Positive, wie man wieder aufsteht. Das habe ich neulich mal in einem Kreise von Personalentwicklern umgesetzt, was heißt neulich vor gutem Jahr. Und ich habe die verantwortliche Person neulich wieder getroffen und dann kommt man sofort ins Gespräch. Das heißt, Mensch, Sie haben doch das damals so plastisch, auch durchaus drastisch dargestellt. Und das hat für mich auch zum Nachdenken geführt. Und ich denke immer wieder an die Ressourcenwaage. Also es ist ein ganzheitlicher, wirklich wunderbarer Ansatz, wo spielerisch durch solche szenische Darstellungen Inhalte wie zum Beispiel Ernährungsberatung oder eben ja, Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Ressourcen, wie gehe ich um mit den ganzen Kapazitäten bei der Arbeit dargestellt wird. Zu Gast war die Confidus Akademie aus Hessen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Fischer.